ARD Text im Auftrag von Funk Ab geht er. Teufelswiller. Doch hey. Pfff. 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 Auf der linken Seite Einmal noch Auf der linken Seite Bis zum nächsten Mal Hätte der irgendwo raushauen können dann kriegt? Ja bis da. Ach, voll ein Bogen. Ach du Scheiße. Oh! Hi, du bist mir auch ein Sack. Bogen oder Pfeile? Ja, Pfeilbogen oder Springsitze. Ha, 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 ha. Wie gut ist das, was das immer? Hm, 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 hm! Hm, 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 hm! Untertitelung von ZDF für funk, 2017 Ach komm, gib mir noch ein paar Wumpen. Ending-Dipper, ooooh, scheiße, vielleicht einmal hoch und runter. Ah, da sieht Nicodas aus. Okay, zurück schleun kann ich aber nicht. Dann holen wir Bomben, okay. Ich brauche Bomben. So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Zelda Link's Awakening. Beim Witz mal hatte ich ein bisschen Probleme mit Bomben. Hat sich aber leider sehr schnell feindlicherweise erledigt. Wie man hier auch hier sieht. Und zwar, wenn man hier mal gucken würde, hier liegen Bomben. Überall. Deswegen habe ich jetzt auch über 20. Und zwar, ich weiß nicht. Naja, passiert. Muss man mit leben können. Hm. Hm. Damit schonmal nicht. Dann werden wir da rein, bevor wir was verschwinden. Und ich gehe jetzt auch mal kurz genau dorthin, um weiterzumachen. Dann muss ja noch mal geklärt werden. Hm. 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 Oh nein, ich schick mir nochmal da rüber. Oh, wollt ihr mich verarschen? So viel Stress für das. Hm... 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 Oh, Gott. Hm... Hm, was sag ich? Hm... 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 So geht's all! 50 Robine, naja. Okay, ich brauch fast 1000 für den Bogen. Achja, ich hab zwei Schlüssel. Okay, ich hab zwei Schlüssel. Das war's für heute. Hm. Hm, 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 hm. Was kriegen wir denn hier? Jawoll. Oh, Pigosu-Stiefel. Trigger L zum schnellen Laufen. Stimmt auch für das. Aha. Ich will kurz mal das dann nachgucken. Oh, Mann. Ach ja, nicht drauf geachtet. Das wird blöd. Komm mal her. Na super. Oh Gott. Ja, ich hab ja alles Wichtige. Na, jetzt sowieso rum. Hm, jetzt brauche ich irgendwie drei Stück noch, oder? Äh, vier. Ah, wegen dem Scheiß. Hm, meine Güte. Geh doch. Ja, der Christus ist, glaube ich. Brauch noch die anderen. Hm. Echt, jetzt noch den Kompass? Ich glaube ganz am Anfang war noch ein, ja? Ah ja, okay, in der Ich glaube hier am Eingang rechts war Ich habe noch etwas ... 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 hmmm, aber weiß er nicht, ne? langsam die auf die Bomben fallen oh nein, da führt doch noch einer oh Gott hmmm ne? glad dass werdet nicht wie es ist ? Das war's für heute. Ich glaube, das reicht schon. Na, ich bin halt... doch... eine noch. So, jetzt bitte. Ach Gott, muss ich denn auch noch bei hinten? Ah, ich weiß wie. Ich hätte ja auch mit anderen von früher springen müssen. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Oh, guck mal runter. Hi. Wie soll... Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh! Oh! So, easy one. So viel Stress für sowas. Meine Güte. Manchmal steh' ich mir auch an. Okay. Das hat sich grad für mich sehr schief angehört. Nixenlöckchen. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Ja, da brauch ich hier ne Schlüssel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ännöckchen